Julian, erst wenige Tage hier beim BVB und dann direkt so eine aufregende Asia-Tour. Wie hast du die letzten Tage hier erlebt, vor allem auch mit der Begeisterung all der Fans? Ja, also auf jeden Fall war es ein sehr schönes Gefühl hier anzukommen, zu sehen, was für eine Begeisterung von den Menschen da ist, was für ein großes Potenzial hier ist. Auch die Städte ein wenig zu sehen in der kurzen Zeit war ein tolles Erlebnis. Ja, auf jeden Fall war eine gute Sache. Für dich bislang so was war das Highlight? Das Highlight? Ich denke, jedes Spiel, alle beide Spiele waren wichtig für uns, um einen Schritt nach vorne zu machen. Wir konnten beide erfolgreich gestalten. Von dem her sage ich, die Spiele sind für uns natürlich am wichtigsten, jede Trainingseinheit. Aber es war auch cool. Das Event, wo wir auf dem Dach gegessen haben, fand ich richtig cool. Hat mir gut gefallen, ja. Wir sind natürlich auch angemessen unterwegs mit dem Mannschaftsbus von MAN. Bei Neuzugängen natürlich immer die wichtige Frage, hast du schon deinen Platz ergattert? Welchen hast du bekommen? Ja, ich habe mir einen Platz ergattert. Nicht so weit hinten, neben Roman Bürki, der ja auch neu ist. Wir haben uns da eine Bank genommen, die frei war. Und ja, das passt ganz gut. Insgesamt so jetzt abgesehen, deine ersten Wochen hier beim BVB. Wie bist du aufgenommen? Wie haben die Kollegen dich empfangen? Wie ist es hier? Also, mir gefällt es sehr, sehr gut. Die Jungs haben mich sehr gut aufgenommen. Sehr, sehr herzlich und offen empfangen. So erleichtern sie mir einiges. Ich komme mit allen sehr gut aus und bin glücklich, hier zu sein. Ich sehe, es ist ein total hohes Trainingsniveau. Es bringt mich weiter und ja, also ich bin sehr glücklich, hier zu sein.